hey ja hier ist der liebster und willkommen zu einem neuen projekt und zwar spielen euch ein spiel von destruktive creations und zwar spielen mit euch hatred ein shoot them up aus dem jahr 2015 ja also noch ziemlich neu gemessen an meinem sonstigen programm auf meinem kanal meistens ja habe ich alles aus dem letzten jahrzehnt aber dieses spiel ist noch ziemlich neu wird aktuell weiterentwickelt es gibt immer noch patches dafür und ja wir haben wieder ein neues spiel was in deutschland initiiert wurde ja das heißt die spiel ist nur für leute 18 jahren geeignet das spiel ist nix für kinder und auch für jugendliche auch nix und ja ein spiel ja was ich nur angespielt habe weil papa weil ich ein paar probleme hatte mit der performance aber jetzt läuft es auch noch die werden patches ja wohl immer früher machen aber das lief dann überhaupt nicht gut mittlerweile haben sie das ein bisschen besser gepatcht in der performance her dass es jetzt mittlerweile flüssig läuft und ja ich würde sagen wir fangen neue spielern wir spielen die story durch und ja haben die wahl zwischen meeres schwierigkeiten dem story modus das ist sehr leicht leicht hart extrem wahnsinnig wahnsinnig ist extrem schwer entsprechend ja haben sie aber später halt noch zusätzlich rein gepatcht zwei weitere stufen für leute die ja nur die story erleben wollen oder leute die herausforderungen haben möchten ich bin auch spielkeitsgrad hart das ist durch der normal spielkeitsgrad nämlich der mittlere und ja das total wird natürlich auch dann machen wir auch zuerst und ich würde sagen ja wir legen los und wir gehen ein neues spiel auf hart so verwende brsd zum bewegen und deine maus zum umsehen halte link shift zum sprinten ihr habt auch standard steuerung aktivieren lassen ab aktiviert gelassen wer weiß auch was so toll wie man sich anpasst wenn man das umgeändert keine ahnung habe ich nie ausprobiert und ich müsste man manche spiel mal machen ich sollte einfach mal umschalten bei vielen spielen habt ihr dann trotzdem noch die standardeinstellung das hilft ja gar nicht dass du teuer will renn auf die hindernisse und rüber zu springen ok ah halte links alt jederzeit um die aktuelle aufgabe zu sehen jede ausrüstung und charaktere auf dem bildschirm hervorheben was was halte links alt jederzeit um die aktuelle aufgabe aufgabe zu sehen und jede ausrüstung und charaktere auf dem bildschirm hervorzuheben das war gar nicht ah ja das ist da ist auch eine waffe verwendete linke maustaste zum schießen in die richtung deines fahnen kronen zerstöre drei ziele drei verbleiben eins verbleibt rücker zum nachladen geht zum langen schießstand verwende rechte maustaste zum zielen und die linke maustaste zum schießen während du zielst denkt dran denkt daran durch das halb von links alt siebze die entziele hervor super ok haben wir gemacht jetzt geht zum wurf da hand so was kann ich heißen stand zum wurfstab soll das nicht heißen haben sie buchstab vergessen was soll passieren und das und das noch ganz patch ist eigentlich nicht mehr das spiel hat schon 15 update mittlerweile und dann hast du noch einen schreibfehler drücker g um eine granate in die richtung deines fahnen kreuz zu werfen rote objekte sind höchstwahrscheinlich exklusiv zerstöre die ziele mit einer granate na gut drücker vier um den geraden nackten typ zu ändern törchen denn mit teubten gefangenen brennen was übrig geblieben ist mit dem mit dem molotov mit dem molotov ah ok ja falls euch wundert da spielt es tatsächlich schwarz weiß das ist halt ähm der stil den du spielst es gibt auch ein mod für farbe aber dann belassen wir mal lieber weil das spiel hat wahrscheinlich aus guten grund so schwarz weiß ist ok da muss ich da unten hin auf der karte da unten drücke linke steuerung um dich zu docken ok leute mit qualien zu richten füllt deinen gesundheit wieder auf ja das ist auch die krux an dem spiel deswegen ist auch indiziert um und hat nun zwei ja zahlflachten ruf sagen wir mal so weil man halt hier einfach leute umbringen zum spaß ok 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 verlassen den keller gut ok machen wir es mal renn auf dieses hindernis um drüber zu springen ja gut aber ich will was anderes probieren ob ich das machen kann nee nee ich wollte hier so eine art slide move machen von wegen irgendwie rennen und dann sich ducken und dann unter dem dringchen durchrutschen das geht nicht na gut ah mach ich ah ok so geht es haben wir es gesagt sonst ist hier nichts ne na gut das war es dann nun ja das war es schon mit dem tutorial das war ja ziemlich kurz aber ich würde sagen da es ein eigenes level ist ich würde sagen dass wir an dieser stelle auch aufhören mit der ersten Folge wie gesagt ganz ganz kurz haben noch nichts vom spiel gesehen aber naja dafür geht es beim nächsten mal dann gleich richtig los ja in der ersten Folge ich bin ja eigentlich mal auch jemand der in der ersten Folge so immer viel rum redet ähm oder das meistens das zu teubel macht wenn es kurz ist es halt kurz dann können wir beim nächsten mal direkt schneller los liegen also das hat der vorteil irgendwie so warten bis das hier geladen hat ja das ist halt das Problem was ich jetzt habe das ist halt eine Weile Dauer ja ja wenn du deine Granaten und Molotov siehst für eigentlich einzelne Ziele das ist natürlich durchaus ein sinnvoller Hinweis äh ohne mein Name ist not important ja wenn das nicht so wichtig ist können wir auch zum Hauptmenü zurückkehren und uns beim nächsten mal darum kümmern was das genau bedeutet ja auf jeden Fall war es das und mit der ersten Folge erst auch noch im Session von Hatred in dem neuesten Projekt ich hoffe ihr hattet euch trotzdem schon mal Spaß und seid neugierig geworden wenn das Spielradio los geht und ja ja ich hoffe ihr hattet euch Spaß denkt in den Kommentaren und eure Bewertungen und damit danken sie es zu sehen und bis zum nächsten Mal oh oh